Hi Leute, ich wollte euch noch mal zeigen, wie Feuerfest hier so eine Folie ist. Das ist eine Spanndeckenfolie. So ein kleines Musterstück, das hatte ich noch. Also erstmal grundsätzlich von der Reißfestigkeit. Also ziehen, das kriegt man nicht gerissen. Da kann man sich im Prinzip reinlegen. Nur so ein großes Stück habe ich jetzt leider nicht mehr. Und dann ist halt oft die Frage gewesen, wie sicher ist denn so eine Folie? Angenommen, entsteht tatsächlich mal ein Brand irgendwie? Was man natürlich nicht hoffen möchte. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn sowas in Verbindung mit Feuer kommt. Also, es geht nicht in Flammen auf. Es schmilzt und stinkt natürlich. Aber es ist halt sehr sicher. Also, wie man hier sieht. Ja, ich sage mal, bei einem Großbrand ist eh alles vorbei. Aber grundsätzlich, also das ist jetzt ein Extremfall mit einer Flamme gewesen. Also ist halt extrem hitzebeständig, hier so eine Folie.